Ich renne hier die ganze Zeit nur außen rum. So viel größer würde ich den schon gar nicht machen. Du weißt schon, dass da in der Mitte noch ein Brunnen soll? Ja, der Brunnen, der größer war nicht. Achso, ja. Ja, gut, das passt schon eher. Ich dachte jetzt Marktplatz oder halt Dorfplatz. Mann, ich sag immer Marktplatz. Plump. Ist geil, ist geil. Ich würde ein Patent auch anmelden. Ich habe meinen Wasserblock geblendet, die will Patent anmelden. Ist so. Das kann man ja jetzt aus... Schawuppdiwupp. Kartoffelsupp. Nein. Ich würde mal gerne wissen, wie das aussieht. Wenn wie ich da einfach nur immer vorbei fliege an dir und immer die Blöcke so... Tadadadadada. Moment. Das sehe ich Gott sei Dank nicht so viel. Sei froh. Ja. Ne, mir wird schwindelt. Warum? Lingen bis rechts, linken bis rechts, linken bis rechts, linken bis rechts. So. Ich habe da mal so ein bisschen für den Marktplatz frei gemacht. Uh, guck mal die Höhle. Oh. Ja. Wobei ich den Weg nicht unbedingt nur aus Koppel machen würde. Ja. Sonst hast du alles in Koppel, dann sieht das auch nicht mehr scheiße aus. Ja. Oder wir gehen hin und... Nein, nicht Stufe. Wieder nehme ich mal. Oh. So als Akzent. In der Tat. Oder dann ist der im winter schöner als der wie ich Silbers. Ach nein. Ach.... Das haben wir sehen. Wenn du denn also Graciasault im Winter nicht hätten , und wenn du das in v NBC hat ist einfachen Pflasterstein und als Brunnen, als Special, als Blickfang machen wir uns schön. Ne? Weißt du Bescheid? Du musst das nur richtig verkaufen, dann glaubt da irgendwie jeder scheiße. Ja, hab ich jetzt gerade. Na, geht schon irgendwie. Naja. Und so würde ich dann jetzt, warte mal, das ist nicht symmetrisch. Was? Warte. Hä? Irgendwie. Ja, doch jetzt, ja jetzt ist es symmetrisch. Irgendwie. Das stört mich hier. Okay. So. Der Boden wird aufgetrocknet. Oh nein. Ja, so geht das. Alter. Ja, zu schnell. Ich, wie gesagt, ich baue hier mal den Dorfplatz ein bisschen rund. Heute bauen wir im Kreis. Huch, jetzt bin ich aber auch besser aus. Naja. Schwupp. Was ist das? Ja, das sieht noch gut aus. Passiert bin ich da jetzt. Alles. Gut. Lecker. Achso. Boah, Alter. Moment. Ich muss ja trocken kusche. Zack. Ja. Jo, das sieht doch schon einigermaßen besser aus. Boah, mir ist mega schwindelig jetzt gerade, wo ich ganz seit hier im Kreis geflogen bin. Boah. 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 Der muss natürlich noch um einiges größer, ne? Ja. Meinst du nicht, dass wir den rund bauen sollten? Ja, ich kann nicht rund bauen. Kannst du rund bauen? Ne, aber ich kann es versuchen. Warte. So. Ich weiß, früher haben wir das mal mit Paint gemacht. Ja, da haben wir voll reingezoomt, einen Kreis gemacht und danach das dann gebaut. und mir vielleicht mal wieder gut wenn dann du weil ich kann nicht um offensichtlich ja warte bin dabei du hast ja eh zwei bildschirme ja ich bin ja dabei du brunzende ja der eine ist in aller fahrzehnten also ich sag dir schon mal so viel ja nicht das sondern der marktplatz muss um einiges größer viel viel größer weil wenn ich jetzt hier so oben auf der kirchtungsspitze stehe oder tempelspitze dann fällt mir das doch auf ja der muss größer voll die jump and run map alter hoch größer also größer komm mit stell dich mal oben auf die kirchtungsspitze und dann wird dir klar wie klein alles ist na gut es liegt aber glaube ich eher daran dass der tempel so riesig ist der sieht jetzt so ein bisschen mickrig aus ne ein bisschen gut wenn ich ehrlich bin die große halle sieht auch ein bisschen mickrig aus so aber egal für festlichkeiten so voll ausgestattet und noch nicht abgebrannt wenn ich ziel und stehe hallo und gott nimmel ja gleich die zun juli 6 8 hoch hallo hallo armeister hallo hallo Wart haben wir denn da jetzt für eine... 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mach du mal dein Dingens da. Ich geh in die Kirche. Geh mal drüber und beten, dass das was wird. Da musste ich einen ganz schnellen Cut setzen. Und wir waren ja gerade dabei, oder sehr sehr schwer. Ich war ja am Beten. Warte, ich geh wieder, ich geh in den Tempel wieder rein, ich muss beten. Na, na, na. So, ich war ja am Beten. Scheiße, ich glaube, das wird so rot. Mach einfach. Dafür habe ich gebetet. Ach so. Dann rede mal bitte kurz, für kurzes Wetter. Wow, es hat funktioniert. Oh mein Gott. Also, oh mein, meine Güte. Was? So. Unsere Gebete wurden erhöht. Äh, erhöht. Ein großes Gebet. Unsere Gebete wurden erhöht. Das Wetter wurde schön. Und, ja. Ne, ich musste den Cut gerade sitzen, weil, äh... Wir hatten ein erwünschtendes Urhofen der Essen. Maschinengewehr, Alter. Aber der Brunnen ist dann nicht mehr mittig, ne? Wollen. Aber ist dir eigentlich egal. Ja, komm, wir versetzen. Wir schauen einfach mal. Soll ich schon mal ein bisschen... Warte mal. Fertig. Groß genug. Warte kurz. Ja. Ist gut. Ja, ich glaube, das reicht. Ich reiße dann mal den Brunnen wieder. Ja, ich fülle hier schon mal auf und... Mach Erde weg. Warte, ich mach erst die Erde weg. Das ist... Die ist nervig. Terraforming. Yay. Machen wir... Machen wir nicht schön genug. Null. Quatsch. Ach ja. So, dann würde ich sagen, machen wir den Dorfplatz noch fertig. Und dann machen wir hier eine kleine Aufnahmepause. Weil es sind jetzt auch schon, glaube ich, fast zwei Stunden wieder. Dump. Reicht doch. Na ja. Habe ich erst mal. Merkst du immer ganz gut daran, wenn du immer ruhig bist. Es fängt immer so die Stunde dann. Na ja. Fluck, 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 fluck. Aber dann können wir uns schon mal merken... Huch, was ist das denn hier fürs nächste Mal? Mehrere Themen. Ja. Nicht nur eins. Aber ich dachte wirklich, dass wir ein bisschen länger zugange sind. Aber egal. Kam ja wieder vieles dazwischen hier in der Aufnahme. Bei dir wurde geflixt. Die Schildkröten bei mir wieder. Ich hoffe, ich habe es nicht zu laut gesagt. Ganz ehrlich, aus Coral sieht das Scheiß aus. Nö, ich finde es eigentlich cool. Ja, wenn, überlege ich mal. Weil es ist ja jetzt noch komplett nackt. Bauen wir jetzt den Brunnen in der Mitte. Und wenn wir dann hier und... Und... Was? Wenn wir dann... Wenn wir dann hier und da noch vielleicht so ein, zwei Stände hinmachen. Beziehungsweise verzieren. Musst du nicht überhaupt die Betriffung mal daran haben. Ich fülle mal hier... Erde auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, eins, zwei, drei, drei. Äh, eins, zwei, drei, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zwölf, 43 Banane, Weißbrot. Oh, da ist die Mitte. Übersteh' einfach nur Blöcke rum. Teils, ich muss den ungefähr bis... Ja, so in der Größe würde ich hier machen, ungefähr. Ja, würde ich sagen. Hup. Hup. Oh, oder? Näh. Näh. Ich guck erst gar nicht. Guck nicht. Lass es. Ich mach mal hier unsere Schandtaten wieder ein bisschen beiseite, weil Marktplatz haben wir jetzt die Größe. Wie wir einen brauchen. Mach dann.